Wir melden uns jetzt wieder zurück und wir gehen direkt zu einem ganz großen Anliegen von Christina, denn wir bekommen immer wieder Mails oder ihre Mutter Bernadette bekommt immer wieder Mails und viele Menschen denken, dass Bernadette und Christina ganz, ganz eng zusammenarbeiten und Christina war es ganz, ganz wichtig, sie möchte unbedingt etwas klarstellen und ich möchte an dieser Stelle Bernadette von Herzen danken für die wunderbaren Bücher, die sie geschrieben hat und für alles, was sie getan hat für ihre Tochter, um sie am Leben zu halten. Danke Bernadette. Jetzt möchte Christina aber trotzdem etwas klären. Ja, weil auch wenn die Menschen die Mails nachher meine Mutter schicken, Wir haben es zwar nie, also bis jetzt, nie öffentlich gesagt, aber meine Mutter ist schon seit drei Jahren. Ja, seit drei Jahren, seit meinem 18., doch, ja, seit meinem 18. Geburtstag arbeiten wir nicht mehr zusammen. Das sagen wir zwar erst jetzt nach drei Jahren, aber weil wir immer wieder Mails bekommen und die dann an sie gehen, haben wir gedacht, wir müssen das jetzt trotzdem mal sagen. Ja, du wolltest das. Es war dir sehr wichtig aus verschiedenen Gründen. Es gibt ja auch die energetische Ebene. Da, wo die Menschen hindenken, da geschieht auch was. Und Christina hat einfach gemerkt, da stimmt jetzt was nicht, weil die Wahrnehmung so unterschiedlich ist. Und wir möchten auch noch was ansprechen. Es kommen immer wieder Kommentare und Mails, die sagen, Christina sieht so müde aus und die wird doch von ihrer Mutter gepusht. Nein, wird sie nicht. Ich mache weiter. Ja, die Batterie ist leer von Nikola. Genau, in dem Moment, ja. Also, die Batterie war hier etwas müde. Genau, sonst ist hier keiner müde. Also, ich sammle hier meine Sachen wieder zusammen. Und dann ging es ja eben um das Thema, dass Christina angeblich oder manchmal wirklich müde aussieht. Aber manchmal zieht man einfach falsche Rückschlüsse aus dem, was man sieht. Das geht uns ja allen so. Und Christina trägt sehr, sehr viel mehr, als wir wissen. Und es ist aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene. So viel haben wir gesagt, sagen wir für jetzt. Ja? Ja. Genau. Es war uns wirklich ein Anliegen, weil immer wieder so oft darüber kommentiert wird. Und ich möchte auch Bernadette irgendwie quasi, ja, ich möchte sagen, Bernadette, ihre Mutter pusht, Christina nicht, ich auch nicht und sonst auch niemand. Christinas Mission war ihr, seit sie irgendwie sich erinnern und denken kann, einfach klar, sie ist hier und sie tut jetzt genau das, was ihre Mission ist und was sie von sich aus selbst möchte. Punkt. Machen wir weiter? Ja, da sind wir beim Thema Abgrenzung, weil dein letzter Newsletter ging ja auch um dieses Thema. Und das war nicht für alle Menschen einfach. Viele Menschen denken ja, wenn man sich abgrenzt, das ist doch gleich was Negatives. Man soll sich doch einfach auf das Positive konzentrieren und seine Gedanken nur dahin schicken und nicht quasi dem Gewicht geben, indem man sich abgrenzt, dem, was man nicht möchte. Das ist für viele ein ganz, ganz schwieriges Thema. Christina, möchtest du zu diesem Thema noch was präzisieren? Also, wenn wir nichts in unserem Leben haben, was nicht gut für uns ist, dann müssen wir uns ja nicht abgrenzen, weil es ist ja gut, was da ist. Aber wenn wir etwas haben, wo wir merken, das stimmt so nicht und das tut mir nicht gut, dann müssen wir uns ja abgrenzen und sagen, dass das so nicht funktioniert. Und wenn wir dann das Wort Nein verwenden, ist das eben eine gute Abgrenzung. Und das Wort Nein an sich, das ist ja nicht was Schlimmes, sondern das ist ja neutral. Und je nachdem, wie wir es halt einsetzen, entsteht daraus was anderes. Also, wenn wir Nein sagen zu etwas Gutem, dann ist es ein Nachteil für uns. Aber wenn wir Nein sagen zu etwas, was nicht gut für uns ist, dann tut uns das gut. Und es kommt auch darauf an, mit welcher Energie wir Nein sagen. Wir können uns ja aus Angst vor etwas abgrenzen. Oder wir können uns vor etwas abgrenzen, weil wir wissen, mir geht es dann besser. Also, das ist ja auch Selbstliebe, wenn wir schauen, was stimmt für mich und was nicht. Und wenn wir Glaubenssätze haben, die wir neu, also wenn wir einen neuen Glaubenssatz üben, dann bin ich der Meinung, dass das Wort Nein nicht drin sein sollte. Also, dass man nicht sagt, ich habe keine Angst, sondern dass man sagt, ich vertraue. Aber wenn es nicht um Glaubenssätze geht, sondern um Situationen mit Menschen oder mit so irgendwas sonst im Leben, dann dürfen wir auch Nein sagen. Manchmal kann man es auch ohne Nein lösen, aber manchmal ist Nein eben auch gut. Okay. Ja, müssen wir dringend. Also, es geht ja auch darum, dass wir auch einen Punkt setzen können und sagen, Ja, bis dahin bitte, aber nicht weiter. Also, dem gegenüber, was jetzt gerade hier global geschieht und geschehen soll, dem gegenüber klar sich abzugrenzen, also mir tut es gut, wenn ich das tue. Und diese Menschen, die das tun, die haben ja auch einen klaren Willen. Und den setzen sie ein. Und wir Herzensmenschen haben das ein bisschen verlernt. Wir sind manchmal einfach zu lieb. Und da einfach mal zu sagen, so, aber ohne mich, das ist ja eigentlich der Ungehorsam der Liebe, oder? Ja. Das ist doch das, oder? Möchtest du über dieses Thema noch sprechen? Das ist der Titel von Christinas neuem Buch und ich finde es so schön und so wichtig. Mir kam gerade noch etwas anderes in den Sinn, dass diese Dinge, die die unlichten Kräfte mit den Menschen tun möchten, also die Zukunft, in die man die Menschen bringen möchte, diese Zukunft ist ja nur möglich, wenn die Menschen entweder dem zustimmen oder einfach nichts sagen und stillschweigend mitmachen. Und nur wenn wir da sagen, wir wollen das aber nicht, sondern wir wollen das und das, dann können wir das verhindern. Also wir müssen bei diesen Dingen klar sein, ob wir die wollen oder nicht. Und wenn wir sagen, ja, ich halte mich da raus, dann, also sich raushalten ist auch eine Entscheidung. und hat auch Konsequenzen und entweder Konsequenzen sind gut oder nicht gut. Das kommt ja darauf an, bei was man sich raushält oder ja sagt oder nein sagt. Aber wir müssen uns entscheiden und wenn wir das nicht tun, dann wird über uns entschieden. Also bei dem, bei diesen Plänen für die Zukunft von diesen unlichten Kräften, wenn wir da sagen, wenn wir da sagen, wir entscheiden uns nicht und wir folgen da einfach, dann ist das ja auch eine Entscheidung. auch wenn wir vielleicht denken, ja, nein, ich habe ja nicht entschieden. Also keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Immer. Und ja, da müssen wir halt schauen, was wir eben wollen und was wir nicht wollen. Und die, die unlichten Kräfte, die, also in unserem geistigen Zuhause, da gibt es ja in unserer eigenen Realität nur das, an das wir denken. Also nur das, wo wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Und hier auf der Erde ist es so, dass die, ähm, die Pläne von diesen Wesen, die gehen ja auch in das, äh, Leben von allen einzelnen Menschen rein. Weil die eben so große Auswirkungen haben. Und wenn wir das nicht wollen, dann geht das eben nicht so, so wie in unserem geistigen Zuhause, dass wir sagen, okay, dann ignorieren wir das und gehen nur auf das, wo wir möchten. Sondern wir müssen ganz klar Nein sagen, weil die unlichten Kräfte, wenn, bei denen gibt es eben, also die funktionieren so, dass sie sagen, wenn du Ja sagst oder wenn du nicht sagst, dann tun wir es einfach. Also so ist das bei denen. Und wenn wir nicht wollen, dass sie das tun, dann müssen wir Nein sagen. Und darum müssen wir uns da entscheiden und können nicht einfach sagen, ich entscheide da nichts. Und das bedeutet auch, dass wir das auch ganz still für uns auf dem Sofa zu Hause, aber ein Nein mit einer Gefühlsladung. Ja, also wir müssen überhaupt nicht irgendwo auf die Straße stehen, aber es muss für uns selbst, muss das klar sein und wir müssen auch bereit sein, danach zu handeln. Also es kann nicht sein, dass wir im Wohnzimmer sitzen und sagen, nein, das will ich nicht und dann rausgehen und trotzdem alles mitmachen.